Das ist gut, 25 Sekunden Zeit. Okay! Kein Druck, David! Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo, das ist willkommen zu Let's Play GTA Online mit dem TGW, dem Tobi und dem Mark Horns! Jawohl, und jetzt geht's los! Tschüss! Alle bitte bereit drücken, auch da Tobi, danke! Ich hab nicht bereit gedrückt! Okay, das nehme ich als Thumbnail, danke! Und... Es geht los, Leute! Es geht los, Alter, wir sind so horny! Horny? Wir sind so richtig horny! Warum gab's eigentlich keine Cut-Szenen? Weil wir, die hatten wir ja schon! Die hatten wir schon! Ja, wir machen ja jetzt den zweiten Teil der Vorbereitung! Ach soo! Den ersten Teil haben wir schon zu Probolüs gemeistert! Ich hab's gar nicht fettig! Ja, ich kann mich nicht dran erinnern! Das war das, wo ich die Aufnahmen verkackt hab und wo es dann... wo ich das dann abgeworben hab und wir haben vier Stunden oder so gefühlt drauf wartet! Ah ja, da war ja was! Ich hab jetzt den Sound ein bisschen lauter gestellt, ich hoffe es passt! Alter! Alter! Ich helf dir! Nein, doch! Ah! Hey! Markus! Ja! Überholen! Super! Ich hab auch keinen Super-Sport-Wang! Ich hab auch keinen Super-Sport-Wang! Wir hätten eben schon irgendwo gemusst! Ja, da sind wir auch! Jetzt müssen wir vorne oben sein! Jetzt müssen wir vorne oben sein! Da war ein scheiß Auto im Lake eh! Ich hab noch keine Autopanhand бесплатen! Hohne! Wofür ist meine Autopanhand! Musst du nicht mit dem? Wir sind einfach mal die Schaden! Oh yeah! Wie läuft ein Zeug? Wie läuft das? Ach, ach, ach! was ist das sonst gar der thema? diese muster scheiße was soll ich wechseln davis quarts stein oh oh und davis ah fuck ich wollte was sind das für oh grad scheiß autofahrer ja echt man ist nur im weg ey oh fuck oh fuck ich glaube ich muss mir langsam doch mal einen super sportwagen kaufen oder halt einen sportwagen ok das ist doch ein sportwagen das ist doch auch ein sportwagen was ich habe das ist eine limousine ja dafür schaut sie am style nicht aus ach nee gar nicht ich mag es auch ich mag es auch ja aber ein offener kampf sollten wir irgendwie vermeiden hat der griff sagt ja also sneaky sein ja haben wir schon langsam sneaky ja sicher ich müsste einen rauchen also gehen wir da raus auf den berg hö alter ich kann es gesehen dass der wettbewerb Hilfe ah 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 du sagst du mal bitte auf mich warten ja ja wir gehen auch nicht rein ja alter ich hab' wieder weh' ich hab' wieder weh' oh ich hab' wieder weh' warte ich hab' wieder auf die hier da noch oh mein Pistolen da muss mir doch schon mal was machen oder warte dann schalten wir drauf David oh da oben ist ein Heli ja das ist ein Schalldämpfer warte bestimmt holt uns die äh holt uns der 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 Cargo Bob gleich ab ich hab' auch ein Schalldämpfer ja da ist auch ein Schalldämpfer was gehen wir mit äh gehen wir mit Pistole oder mit ähm Sniper ich weiß nicht warum sind denn mit Pistole drauf wir gehen mit Sniper äh ich würd sagen dass wir von oben von den Berg jetzt mal Moment ich hab' wieder auf ok aber hier sind Typen mh ja die können wir aber auch von oben abschießen na gut dann gehen wir mal zum Tobi hoch ok weil die kanns von hinten abschießen das heißt wenn man voneinander den link voneinander den rechten nimmt ok das ist easy win also während David und Tobi das wir machen ist jetzt glaub ich der beste Sniper naja ich weiß aber vielleicht ist mit der Sniper jetzt auch Auto nein ich bin heute einfach ja das wärs das wär dezent Opie das wär fordern langweilig ja ja du bist ja auch am Bergum stehen da nieder mir ist auch jemand im Auto nein oder nein gar nichts ok wo müssen wir eigentlich hin da dort nach hinten warte wo ist denn die Karte ach da da hinten warte könnten wir da nicht einfach hinlaufen wir könnten doch ja wir könnten doch ja aber bevor die uns dann beim rausfahren unterschießen ist doch wursch da fahren wir einfach durch mit dem fetten Auto das wir dann haben das ist mir ziemlich egal wir wissen noch gar nicht was auf uns zukommen oder wir kriegen ja im Endeffekt läuft es ja darauf raus dass wir dieses fette gepanzerte Auto holen und ich glaube mit dem schaffen wir da zwei Leute zu überfahren schauen also das ist ja ziemlich optimistisch naja hast du das Bild gesehen von dem Auto ja wir sollten Masken aufsetzen um Gottes willen oh ja voll wir sind super wir sind super Gangster ja also ich laufe mit roten Ohrhörern rum was ist das denn war ne super Tarnung ich hab nur einen Raub ja ich hab mir eine Easy Master ich hatte mir eigentlich auch schon eine gekauft aber die habe ich die nicht ich hab mir eine ich hab die jetzt auch nicht jemand beim Hütter ich nehm einfach das komische Dings da und jemand warum kann ich jetzt nicht mehr sprinten ach lol hier hab's nur noch die da na bitte lass mich kaufen die hab ich auch ah man nicht dass ich jetzt hast du noch eine andere Maku na ich hab nur die ich hab auch nur die obwohl ich mir schon eine ich hab mir auch schon eine gekauft eine Tiermaske nein Spritzkissko und ich hab sogar noch andere komisch dass die nicht gespeichert wurden ich hab das nur so vielleicht im Outfitz Racer ok ja das hat nicht so gut funktioniert ach ah TMPD alter wir sollten die autos nicht beschießen obwohl sie gepanzert sind die einen inserz und das heißt wir müssen beide oder anderen wahrscheinlich können wir nicht einfach beide nehmen ja einer muss aber schießen ich glaube es haben drei platz mindestens da ist einer weiß ich links kommt dann aber fack was wenn er beim auto noch im rechten vielleicht noch da ja da mann wo man sieht man nicht wahrscheinlich nicht zu weit weg da und er ist ein neid schießt man jetzt alle wer fährt alter das sind noch nicht ist es wurscht ob wir Salz machen ja jetzt ist schon egal da da sind wir jetzt tot ich glaube man muss aber zwei nehmen steigern da sind noch Panzer ich will Maschinen David fährt oh fuck nein ich will nicht fahren aufsteigen ja ich will nicht hin ich wollte hin und aufsteigen nein ich Tobi steig aus genau David steig vorne Tobi steig an ja der Typ der oben sitzt schieß mal die Helis ab Tobi steig ja wir haben da die Türen auf dem Kasten ich nicht alter was das sein für ein Sound hat oh mein ich kann ihn grad nicht treffen ja die Idee ist noch mit schlecht der Muttsacher wird schon wegschossen ich hab das Gefühl ich mach dem überhaupt keinen Schaden ja super jetzt haben wir schon eine Tür verloren ey ich kann dem nicht mal Schaden machen dem Lüge riefst du überhaupt ja klar jetzt grad aber nicht aber auch wenn ich treffe dann hab ich zum Glück erkennt ähm boah ja okay faller mal lieber die Autos ab faller einfach alles was geht Alter und Tobi oh Alter okay ich schieß auf den Helis ne Offroad ich fahr nur ein bisschen äh quer für deine ja oh ja Alter einer ist tot fahr mal aber in die Richtung hier in der ich verstehe überhaupt nichts das war glaube ich doch nicht so gut dass du das so laut wird hast. Müssen wir jetzt schreien? Ja! Schieß mal nach vorne, Ganesha! Man kann die Reifen ja gut machen, glaube ich, von denen an. die Papi ist ja gleich. Halt, cho 형! Die Einzelne? Pochno! Ich muss so gut machen, Mama! Links, vorne, hinten, vorne, links, hinten, vorne! Ah! Jawoll! Ich kann wohl nicht auf der Straße. Der Tag ist größer! 1,5 Kilometer noch! Huah! Alter! Wir fahren uns! Versuch schon bitte mal nicht auf der Straße zu fahren. Oh! Oh oh! Oh oh! So viel zum Thema! Oh oh! Scheiße Scherf! 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 Aua! Ich bin... Aua! Ich bin gestorben! Aua! 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 Wir haben es immer lang! Wir haben es immer lang! Die Autos halten so viel aus! Scherf! Scherf! Dann bräuchte ich eine Raketenwerfer! Aua! Aua! Scherf! 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 Ja passt jetzt! Was? Oh nein! Können wir mit dem nicht wieder hinfahren? Ja komm, ich mach... Das machen wir jetzt, komm. Ja wartet, ich muss noch kurz Snacks essen. Ich bin halb voll, dass du mir das wirst. Ja, ich muss auch noch Snacks essen. Ich lebe die Zeit mit der Tür. Ich würd gerne einsteigen, wenn's mich lassen wird. Warte, ich... Ich glaub, kannst du einsteigen. Warte mal, Inventar, Snacks, P... Ach sorry, ich hab noch 15 PMQs. Darf ich mal einsteigen? Naja, scheiße, es geht nicht mehr. Ja, wir müssen als andere. Ja. Wir können nicht meinsteigen, weil wir es abgeben haben. Oh, fuck! Ah, seh, nicht so weit. Kommen jetzt die Leute mit den Autos? Bitte nicht, oder? Ich hoffe, wir sind grad die spawnen. Ich hoffe, wir finden... Ich hoffe, wir finden irgendein Auto, weil ich will nicht zu Fuß hinlaufen. Hallo? Hey, da ist ein Auto. Ruf unser Taxi. Da ist ein Auto. Ah, gut. Von denen. Ja, dann ist er da. Ist das gut oder schlecht? Das ist ja normal gut, das ist besser als gar kein. Das ist gar kein... Das ist gar kein... Warten wir noch auf die anderen. Kommt ab. Mega, wer? Ja, ich bin noch am Weg. Mega... Kommt entgegen. Du kannst übrigens noch mehr Licht einschalten, gell? Genau. Voll geil. Ohhhh... Ohhhh... Okay, darf ich jetzt mal schießen, damit ich die zweite Perspektive auch noch drauf hab? Ja, kannst du machen. Ne. Fahr mal kürfeldein. Ne. Fahr mal kürfeldein. Also nicht so kürfeldein, aber... Ja. Kann jemand einen Vape ansetzen? Ja. Jetzt ist es jetzt böse für den Mann. Alter. Hat das jetzt Glück für uns? Ich kann keinen setzen. Ne, ich sehe es noch nicht. Wer ist denn der Beifahrer? Harko. Da macht du einen Weg weit. Ich hab gerade eins zu. Ja, passt jetzt hab... Jetzt hab ich. Wer wird flasht? Bei mir ist der am Blinken und jetzt ist er weg. Ach, jawohl. Jetzt ist er. Ja, jetzt hab ich ihn fest. Wir sollten trotzdem keine Sterne wegnehmen. Ja, das wäre vielleicht jetzt... Na, ich gehe mal stark davon aus, dass wir keine Sterne bekommen können. Ich glaube, wir hätten Spaß geschehen. Da müssen wir dann so rot im See kommen und werden. Glaub ich wohl kaum. Also, ich glaube, wir beenden an dieser Stelle auch schon die Folge. Weil ich will sie nicht überlang werden lassen. Und in der nächsten Folge holen wir mit an der zweiten Insurgent. Yay! Oh, du schneidest es jetzt zusammen. Nein, das ist ja gleich lang. Ach so, du meinst... Ach so, du meinst nur noch den Teil dann halt holen. Weil das wird das zweite Auto jetzt auch noch fallen, weil sonst ist er... Da schneidest halt die Autofahrt raus. Und dann das zurückfahren wieder mit dem Insurgent. Und wieder auf. Ja, ja, also wenn würde ich dann erst anfangen... Tschüss. Ja, also... Diese Folge ist hier zu Ende. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bleib mal kurz stehen, Tobi. Okay. Ja. Ja, ja, warte. 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 Warte.